Der Soldat kommt von der Front. Gestern lief er dort davon. Es wütet das Coronavirus. Darum macht er jetzt Homeoffice. Der Hauptfeldwebel sagt pikiert. Sowas nennt ich desertiert. Corona die heile Welt wegpustet. Selbst der Vogel in der Kuckuckskurve süßtet. Auch wenn dein W-Lan gerade off ist. Jetzt geht bei uns nur noch Homeoffice. Dem Bauarbeiter ist zu kalt. Darum wird er hier nicht alt. In der Hitze ist das auch nichts. Darum macht er jetzt Homeoffice. Es klingeln schlecht die leeren Kassen. Darum hat man ihn entlassen. Doh! Bis zum nächsten Mal. Corona die halbe Welt wegpustet, selbst der Vogel in der Kuckucksturras wüstet, auch wenn dein WLAN gerade off ist. Jetzt geht bei uns nur noch Homeoffice. Wenn du einen Schnupfen hast, kriegst du ein Attest vom Arzt. Musst du dich dann erst mal krank schreiben? Kannst du im Winter zu Hause bleiben? Falls dann die Straßenbahn zu voll ist, machst du erst einmal Homeoffice. Corona die halbe Welt wegpustet, selbst der Vogel in der Kuckucksturras wüstet, auch wenn dein WLAN gerade off ist. Jetzt geht bei uns nur noch Homeoffice. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017